So meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Hier sind wir zuletzt stehen geblieben. Und ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin müssen. Müssen wir jetzt nochmal mit unserem Kollegen reden? Oder wie sieht's aus, Leute? Kommst du mit? Oder... Wie sieht's aus? Kann ich hier mit dem Auto fahren? Ja. Genau. Gut, gut. Und unser Kollege? Soll ich den mitnehmen? Ne, ich glaub mal nicht. Tutorial. W beschleunigen und S bremsen. Das kann ich. Ja, das kann ich auf jeden Fall, Leute. Dann geht's auch mal los hier. What the fuck, Alter. Ist die Steuerung geil hier im Far Cry 3 mit dem Auto. Gefällt mir schon mal sehr. Hier runter müssen wir anscheinend. Ich muss hier trotzdem noch ein bisschen üben hier. Mit dem Fahren und so, wisst ihr ja. Wow, wow, wow. Aber macht auf jeden Fall schon mal ziemlich fun hier. Gefällt mir sehr. Ring, dida-ding, dida-ding. Ja, drüber über die Bretter. So. Okay. Und jetzt? Boah, das Auto macht ganz schön Lärm hier. Kann ich nicht umfahren? Ja, das geht sogar. Wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Achtung. Pflanzen und Tiere besorgen. Aber welche? Ja, das ist die Frage, Leute. Ich mach hier kurz mal einen kleinen Stopp. Und sammle mal ein paar Blätter und so weiter und so fort. Hier rein. Hier, die. Die holen wir uns doch mal hier, würde ich sagen. Kaminrotes Blatt. Und da vorne die auch noch. Ach, übrigens gibt es ja auch Gegner, die rumfahren mit dem Auto. Und ja, die sind uns nicht gerade sehr wohlgesonnen. Daher sollten wir die ziemlich schnell ausschalten. Aber erst im späteren Spielverlauf geschieht das. Blablabla, blaue Blätter. Jetzt brauch ich noch blaue Blätter und da vorne gibt es auch noch was, glaube ich. Ah, muss ich da hoch, glaube ich, oder? Komm, geh da hoch. Mann. Okay, wie soll ich da am besten hochgehen? Weil hochklettern ist da nicht, würde ich sagen. Ich geh nochmal ins Auto Fahr hier nochmal ein Stückchen vor So ein Stückchen nach oben Ich fahr hier einfach durch, mir egal Ich weiß, ich hab sie nicht mehr alle, aber gut Hier scheinen ja die Blätter zu sein Von daher, ja, sind wir an der richtigen Stelle angelangt So Blaue Blätter brauchen wir aber noch, Leute Blaue Blätter, ganz wichtig Hier nochmal Zack Schraubenbaum, was ist denn das? Aus dem Schraubenbaum weben die Rakia Normalerweise Matten und andere Gegenstände Und so weiter und so fort Okay, das lese ich jetzt nicht Wir laufen direkt mal weiter Und sammeln die nächsten Blätter ein Zack Äh, und mehr, noch mehr Ich geh mal wieder in mein Auto Ach Okay, das wird mir ja mal angezeigt, wo das Auto ist Gut zu wissen Geh mal da rein Boah, gibt's auch ne andere Ansicht Als immer nur diese Fahrerperspektive What the fuck, Alter Was ich für ne Scheiße hier zusammenfahre Unter aller Sau, ey Das ist wirklich unter aller Sau, Leute Dieses blöde Blatt da oben hab ich immer noch nicht bekommen Das brauch ich noch, Leute Ich muss da nochmal hochlaufen Wildschwein heute Wo gibt's denn hier Wildschweine? Keine Ahnung Joa, werden wir mal Dann sehen Wenn's hier mal ein bisschen vorangeht In dem Spiel Ach, da unten ist die Pflanze, okay Gut Jetzt aber hier Wo sind denn diese blauen Blätter? Was? Früchte des Dschungels Töte und heute zwei Wildschweine Und sammle drei Pflanzenarten Ja Wo soll ich denn noch welche sammeln? Ich geh mal nochmal hier rein Und sammle hier nochmal diese eine Pflanze ein Ähm, hier Pfeilwurz Oder wie das heißt So Ach, da hinten sind auch noch welche Alter, wie viele Gibt's hier gar nicht Ach Ich höre Wildschweine Darf ich euch messern? Wie messert man? Okay Ich mach das mal Richtig Komm her, Alter Also gut Du schaffst das Komm, ich häute dich mal Muss ich ja sowieso Oh, da spritzt das Blut Wildschweinfell Und du Komm her Dich will ich auch noch haben Hier Komm her Wo ist es der jetzt? Ach, da vorne Kann ich Schnell dich ab So einfach geht's, Leute Ich muss dich gar nicht kriegen Ich muss dich gar nicht kriegen mit dem Messer Ich kann ja auch einfach draufballern Geht natürlich auch So, und ein blaues Blatt müssen wir noch einsammeln, Leute Ja, wir müssen jetzt hier mal zu Potte kommen, würde ich sagen Wo sind denn hier noch Noch mehr Blätter Ist die Frage Da vorne sehe ich auf jeden Fall ein rotes Blatt Und blaue Blätter Gut Dann haben wir ja alles, was wir brauchen Das ist eine schöne erste Quest Gefällt mir sehr Hier schon mal am Anfang ein bisschen Blätter einzusammeln Kann ich eigentlich schwimmen? Ich hab's nur nicht ausprobiert Ja, kann ich Da unten soll's eine geben Seetang Cool Blaues Blatt Einmal hoch, bitte So Begib dich per Schnellreise nach Amanaki Und triff Dennis Ja, sofort Ich will aber noch eine Pflanze hier sammeln Hier ist noch eine Die kann ich mir nicht entgehen lassen, Leute Äh, ich seh sie aber gerade nicht Ähm Keine Ahnung Wo die ist Oder da vorne Vielleicht ist Sehe ich da vorne eine Ja, die sehe ich Die ist Was? Okay, 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 okay Schnell, schnell, schnell Ja, sorry Das wusste ich nicht Dass ich da Nicht weiter schwimmen kann Also Ups, ups, ups Das war ja mal wieder was hier, Leute Beute Rucksack voll Drücke Escape Okay Beute Rucksack Was haben wir hier denn alles? Coole Sache Okay, äh Ja, wir müssen jetzt Schnellreise durchführen, Leute Ähm, wie mach ich das? Ach, Karte öffnen, okay Und jetzt Schnellreise nach Amanaki Wie geht das nochmal? Wie mach ich denn eine Schnellreise nochmal, Leute? Ich blick mal wieder nicht durch Kennt ihr ja von mir Symbol Das soll doch für Maustaste bedeuten, glaube ich, oder? Oder wie, wie sehe ich das jetzt hier? Ja, ich kann da auch hinfahren Ja, wie mach ich das? Ah, ich muss da doppelklicken drauf Okay, ich hab's verstanden Leute Gut, interessant Sprich mit Dennis Machen wir das mal direkt Wo ist denn der? Äh, da wollte ich jetzt zwar gar nicht hin Aber gut Wo ist denn der Dennis? Ah, doch Ich muss Waffen kaufen jetzt, okay Was haben wir denn so im Angebot? Verkaufen wollte ich jetzt noch nix Munition erst mal Inventar Die Munition für alle ausgerüsteten Schusswaffen, Wurfwaffen Und Sprengstoffe mit 20% Rabatt Okay Ich hätte gerne Munition Für die Pistole Komm, mach mal mal das hier Wie viel Geld habe ich eigentlich? Ach, 38 Dollar Oder was soll das sein? Ja, egal So Escape C4 Wenn du etwas sprengen willst Oder eine Brustvergrößerungs-OP Durchführen willst Ist der gute alte Plastik Sprengstoff C4 Immer eine gute Wahl Okay Ja, jetzt haben wir ja ausgerüstet hier Unsere Knarren Und ich muss jetzt mal raus Wo geht's denn hier raus? Haha Ach hier, okay Hier sind die ganzen Leute Interessant Und da hinten befindet sich auch Dennis anscheinend Der anscheinend Jetzt hab ich zweimal anscheinend gesagt Shit happens Ähm Da vorne wartet Dennis mit seinem Auto Wie es aussieht Ja, genau Weil da ein Auto auf der Karte markiert war So Und jetzt Was wird jetzt gemacht? Dennis Ich habe die Pflanzen und Tiere Gut Forme die Natur nach deinem Willen Ich zeig es dir So Benutze das Menü um verschiedene Mittel anzurühren Ja, Herstellung, oder? Jetzt benutze die Pflanzen, um zwei Spritzen herzustellen Benutze die Benutze die Pflanzen Ja, Herstellen, komm Gut, Jason Vielleicht findest du noch wirksamere Pflanzen im Wald Wenn du Glück hast Ist haben wir hier noch so? Nun, benutze die Häute der getöteten Tiere Um deine Taschen zu vergrößern Die Herstellung ermöglicht dir Mehr Waffen, Geld, Beute und Spritzen zu tragen Ja, mach mal das doch mal her Ja Eine Sache noch Das Tatao auf deinem Arm Es bedeutet, dass du besonders bist Und die Seele eines Kriegers hast Du bewegst dich auf einem Pfad Ich zeige dir, wie du es ergänzt Mit jedem Tatao Lernst du eine Fähigkeit Du kannst drei verschiedene Arten von Fähigkeiten lernen Und nun zeige ich dir die Takedown Cool Takedown Nähere dich einem Gegner leise von hinten Und schalte ihn mit F aus Ja, will ich mal lernen jetzt So ist gut Du wirst immer stärker Und mit jeder Fähigkeit Wird das Tatao größer Nimm noch eins Okay Nehme ich noch eins Wenn es hier noch eins gibt Das hier Mit der Spinne zum Beispiel Die Frage ist nur Wo Ja, das hier Sprint Schlittern Du kannst beim Sprinten C drücken Um über den Boden zu rutschen Machen wir das auch noch hier Das hast du gut gemacht Ja, das ist ja auch nicht schwer gewesen Das Tatao Hey Philippe Wir fahren zum Außenposten bei Amanaki Wir haben dir eine Amerikanerin Komm her, wird lustig Was ist denn jetzt? Lisa Oh scheiße Wir müssen sie zurückholen Komm Mir noch Okay Gut Ab ins Auto würde ich sagen Rechts steigen wir ein Er fährt nämlich So Was ist das für ein Außenposten Wo sie sie hinbringen? Die Außenposten sind Festungen Die man überall auf Brook Island findet Was Piraten benutzen sie Um die Gebiete zu kontrollieren Also fahren wir direkt in den Kampf? Ja Das ist gut so Wird eine Freundin befreien Schlagen wir zwei Fliegen Mit einer Klappe Wir führen Krieg gegen Was Es ist wichtig Dass wir den Piraten Die Außenposten abnehmen Wenn die Rakjad Einen Erobern Wird das Gebiet sicherer Alle können es dann Schneller durchqueren Und es ist eine Gelegenheit Erfahrungen als Krieger zu sammeln Wer ist denn dem Truck? Rakjad Krieger Die waren Rakjad Die im Herbst Da waren wir gerade übrigens Und haben Pflanzen gesammelt Werden sie dir vertrauen Dazu danke für die Hilfe Aber ich will nur Lisa befreien Und meine Freunde finden Mein Bruder Das ist die einzige Chance Sie leben zu retten Du bist aus dem Sklavenlager entkommen Und lebst noch Es ist Zeit zu kämpfen Wir sind alle gleich Jason Es gibt nur einige die nicht handeln Das ist der Unterschied Okay Alles klar Fahrzeug verlassen So wie du War ich einst ein Fremder hier Du bist nicht allein Neues Tutorial Wenn du in der Story vorankommst Schaltest du neue Anleitungen frei Stelle Spritzen für temporäre Verbesserungen her Stelle Ausrüstungsstücke her Um deine Inventarkapazität zu erhöhen Wir werden mit dem Angriff auf dich warten Was muss ich denn jetzt Ein Techniker ist ein improvisiertes Kampffahrzeug Also nur ein Euphemismus für Pickup Truck mit einem MG auf der Ladefläche Oder wie ich es nenne Texikanisches Paradefluss Alle Technikals auf Rook Island gehören vast Piraten Sie bieten reichlich Feuerkraft Aber keine Panzerung Ja und jetzt Dara Ist der Billigscheiß Sei Rutsche okay Komm Geh mal jetzt Die Rackiert Was hab ich denn jetzt da schon wieder Fähigkeiten Herstellung Ja Herstellung brauchen wir ja jetzt nix Eliminiere alle Piraten im Außenposten Ja okay Ja gut Dann gehen wir da doch direkt mal hin Wo ist denn das Ist der hoch glaube ich oder Dich anschleichen Okay Oder Alle abknallen Okay So wo sind denn die Ihr wisst ja ich bin ja nicht so der Schleicher Aber Vielleicht kann ich ja doch Was reißen Neues Tutorial Aha Okay Ach das brauche ich nicht Wow Das war knapp Leute Ist da wat Ich knall die alle ab So sieht's aus Ja eigentlich ziemlich Wayne Was du gehört hast Wo ist denn der Wo sind denn die Leute hier Wo ist denn der hingegangen Meine Fresse Ich schnauze Digga Geh Ach du scheiße Leute What the fuck Alter Ich muss erstmal weggehen Hier Lad nach Lad doch das Ding nach Alter Du scheiße Jetzt geht's ja los hier Jetzt geht's los Jetzt wird's ernst Was Mission gescheitert Einer deiner Freunde Was war denn das hier Das war ja mal wieder gut von mir Hab ich mal wieder super hinbekommen Dann machen wir's nochmal Ganz einfach Ist alles nicht so leicht Leute Aber ich hab da mal So eine kleine Idee So wir schleichen uns Von hier hinten an So sieht's aus Ganz klar Da kenn ich nix Gibt's hier Heilkraut Ja das nehm ich direkt mal mit Hier So Okay gibt's hier noch nen Gegner Scheiße Oh da ist ein Hund Headshot Komm her Digga Komm her Jetzt gibt's auf die Schnauze Digga Wow Wow Heilen So Nein Doch kein C4 du Depp Keine Munition mehr Alter Ich muss den jetzt killen Boah geschafft Leute Ich hatte keine Munition mehr Und hab's trotzdem hingekriegt Gut Man muss da schnell sein In Far Cry Ist mir aufgefallen Man muss die Gegner schnell Um die Ecke bringen Boah gib mir mal das Gewehr hier Alter Gib mir das Gewehr Wo ist das? Ah hier Okay das ist doch mal sehr nice Hier in der AK Die hab ich doch immer gerne Leute Kann ich hier noch mehr AK Munition einsammeln Oder Fähigkeitspunkt erhalten Okay Escape Taste Ab rein da Leute Alles wird wieder gut Lisa Sie sind alle weg Du bist jetzt sicher Da ist gar keiner Sie ist nicht hier Der Außenposten bei Amanaki wird angegriffen Wo ist die amerikanische Gefangene? Sie ist weg Was? Sie konnte fliehen Auf der Westseite der Insel Ich erzähle es dir Wenn wir dort sind Sie ist geflohen Ach du Scheiße Jason Du bist das Tratau würdig Würdig den Pfad des Kriegers zu nehmen Danke Wir haben einen deiner Freunde gefunden Bei Dr. Earnhardt im Westen Aber keine Angst Da ist es sicher Er erwartet dich bereits Im Westen? Hat er gesagt Welchen Freund? Nein Aber wir werden weiter Nach den anderen suchen Ich funke dich an Wenn ich mehr weiß Jason Na komm schon Du hast dem Stamm imponiert Okay gut Pilze in der Tiefe Pilze in der Tiefe Ja ich mach mal schnell Reise Leute Aber ich hätte gerne eigentlich noch ein bisschen mehr Munition Das wäre sehr schön Ähm Wir müssen doch hier noch irgendwo Munition haben Das gibt's doch nicht Ja hier Wieso kann ich die nicht nehmen Leiche plündern Ach die können wir auch plündern Rostiges Universalmesser Ah cool Dann kann ich ja hier auch nochmal plündern Würde ich sagen Cool Was man hier alles machen kann in Far Cry Finde ich sehr geil Auf jeden Fall ey Besser kann's ja nicht gehen hier So hier da auch nochmal Kette mit Nagetierkopf Das war's dann auch eigentlich glaube ich Warum shit? Kann ich das häuten? Das war ich Ich nehm das einfach hier Ich brauch es einfach Ich brauch Ich brauch für meine Genau Schweinsleder ist immer gut Wenn hier irgendwelche Tiere rumlaufen und so Dann tu ich die mir natürlich krallen Ist ja klar Ah hier komm Ich hol mal auch noch kurz So Ich bin ja eigentlich Hab ja Ich bin ja eigentlich tierlieb Aber Ja in dem Spiel Muss man halt auch Auf unsere Sachen achten Beziehungsweise Ja wir müssen ja auch weiterkommen Und Uns irgendwelche Sachen Ja aus den Äh Stingen Wie soll ich sagen Ach Keine Ahnung Egal jetzt Ähm Wie gesagt Ich möchte ja auch was Daraus herstellen Jetzt habe ich's Aus diesen Stoffen Wertgegenstände Von den Tieren Und so Ist mir auch scheißegal So Schnellreise Das Schwein Ähm Wo ist die Karte Ich geh auf M So schnell Sack Ah Wo müssen wir denn eigentlich hin Jo Gehen wir zu dem Ort Und holen uns gleich nochmal Munition Würde ich sagen Und dann beende ich den Part Jetzt auch mal Weil die Zeit ist auch wieder rum Aber davor erstmal Munition Noch kurz Bevor der Part beendet wird Munition Gib mir mal Ähm MP Munition Für diese Für diesen Munitionstyp Ist keine passende Waffe Im Inventar Ja ich möchte ja auch nicht Die Ja wir kaufen's trotzdem Okay Schrotflinten Sturmgewehre Wie viel haben wir denn 53 Dollar Ah das reicht natürlich nicht Schade Aber hier noch ein bisschen Sturmgewehr Munition Ist auch Ach wir haben gar nichts mehr Okay gut Dann würde ich schon mal sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dann Leute Ciao